Hallo, wir sind gerade in Ehrenfeld unterwegs, denn wir drehen ja nicht nur Paarfotos und Hochzeitsvideos, sondern ab und zu helfen mir auch ein paar Kollegen aus. In dem Fall drehen wir gerade ein Musikvideo und da nehme ich euch ein bisschen mit und zeige euch mal ein paar Einblicke. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Hallo, es ist der heißeste Tag der Welt. Ich glaube, es ist um 37 Grad gerade in Köln und wir drehen den zweiten Teil des Musikvideos. Ich glaube, es ist der heißeste Tag der Welt. Also es ist 37 Grad in der Umwelt und der Typ hüpft hier einfach die ganze Zeit rum. Was soll das? Immer genau den gleichen und ich gehe immer so um dich herum und dann kann man das nachher so machen, als wärst du ganz lange in der Luft. Tipptopp-Erklärung von Claudia. Hallo, tipptopp. Ich kann nicht gut erklären. Was? Du kannst nicht gut erklären? Schwitze. Toppel süß. So, wir sind am schwitzen, weil es furchtbar heiß ist. Und jetzt geht's nach Hause. strip hinten raus. Wir sind amobatt. Wir sind die Wahrheit. Wir sind die Wahrheit und ziellläuten. Die Wahrheit. Vielen Dank.